Hallöchen bei meinem neuen Video. Ich hoffe ihr versteht mich denn ich liege mit der Grippe im Bett. Wir haben gerade das Hamburger Derby, das Springen und Dressur Derby in Hamburg. Das ist ein Turnier über fünf Tage mit zwei ganz besonderen Highlights. Im Springen ist es einmal, dass es einen Springen gibt mit dem schwersten Parcours der Welt und in der Dressur gibt es einen Grand Prix mit Pferdewechsel, was auch einzigartig ist. Ich hätte wahrscheinlich lieber im Bett bleiben sollten, aber ich wollte unbedingt hingehen, weil ich eine neue Longe brauchte, weil Barmimpy mir die leider zerstört hat. Die Longe habe ich nicht bekommen, dafür gab es aber einen kleinen Einblick in die Pony-Dressur und im Springen und wen ich beim Springen entdeckt habe, das seht ihr gleich. Das war auch schon die Siegerehrung der Pony-Dressur und jetzt sind wir hier beim Springen auf dem Abreiteplatz und schaut euch mal diesen braunen Wallach-Hengst, was auch immer, an. Ich finde den sowas von hübsch. Ja, und wen habe ich da auf dem Abreiteplatz noch entdeckt? Na, seht ihr sie schon? Binibu, Saskia Meyer. Sie war auch da und ist bei das Books Amateur Trophy mitgeritten. Die kleine Tour, die S-Tour mit 1,15 Höhe mit Mai Holly. Jaz axisrei. 1 D 3 B 7 Always auch 9 8 3 S Das war auch schon der Ritt. Der Ritt war fehlerfrei, also keine Strafpunkte. Und das war Platz 12 von insgesamt 54 und damit war sie platziert. Ich hätte ja gerne noch weiter berichtet, aber ich habe einfach gemerkt, dass das Fieber doch hochkommt und ich lieber ins Bett gehöre. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein kostenloses Abo und dann bis zum nächsten Video.